Frau Demer, Sie sind Umweltjournalistin beim Tagesspiegel und wissen, dass Journalisten mit nicht deutschem Hintergrund in den meisten Redaktionen noch immer sehr rar gesät sind. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass wir in den Redaktionen relativ uniform sind, häufig ähnliches Alter haben, häufig einen ähnlichen Hintergrund haben und ohnehin schon mal nicht besonders verschieden sind, deshalb andere Verschiedenartigkeit auch nicht wirklich anziehen. Das liegt sicherlich daran, dass es ein gewisses Misstrauen gibt, was die sprachlichen Fähigkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund angeht, was zwar eigentlich albern ist, weil viele ja hier geboren sind und auch nicht schlechter Deutsch sprechen als alle anderen Deutschen. Aber so eine Reserve, denke ich, ist sicherlich da. Und es liegt auch daran, dass viele Leute aus Migrantenfamilien überhaupt nicht auf die Idee kommen, auf die Medien zuzugehen, um da ihre Erfahrungen zu machen. Das heißt, die neuen Medienmacher, die einen Migrationshintergrund haben, sollten sich besonders qualifizieren. Und dafür eignet sich auch das Studienstipendienprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung sehr gut. Müssen die jungen Leute, die Journalistinnen und Journalisten werden wollen, mehr wissen als ihre deutschen Kollegen? Also dieses Risiko besteht natürlich, dass sie das selber glauben. Ich denke aber, dass dieses Studienprogramm vor allen Dingen als Türöffner ganz gut funktioniert, um eben zwei Sphären zusammenzubringen, die bisher nicht zusammen sind. In vielen Migrantenfamilien gibt es keine Zeitung. Es gibt wenig Erfahrung mit den deutschen Medien. Deshalb, das ist übrigens auch, glaube ich, ein weiterer Grund, warum speziell Zeitungen jetzt nicht so wild darauf sind, Leute anzusprechen, die einen Migrationshintergrund haben, weil sie nicht glauben, dass sie da ihre Zeitung verkaufen können. Und ich halte das für einen großen Fehler, weil ich denke, dass nur mit Leuten mit auch einem anderen Hintergrund als einem deutschen bildungsbürgerlichen Hintergrund es gelingen wird, auch Schichten anzusprechen für so ein Produkt, die eben diesen Schichten nicht angehören. Und da gibt es Potenzial. Warum sollten denn bitte Migranten schlechter informiert sein wollen über die Kommunalpolitik oder über die große Politik als andere? Speziell, wenn sie schon ewig in Deutschland leben. Aber es wird da gar nicht versucht, diese Gruppe sozusagen als Leserinnen und Leser zu gewinnen. Und ich denke aber, dass es eben nur gelingen kann, wenn wir auch vielfältiger in unseren Redaktionen sind, weil uns viele Themen einfach nicht auffallen. Also wenn man eine andere Lebenserfahrung hat, dann kommt man eben auch mit anderen Themen an. Was zeichnet einen guten Journalisten aus? Drei Eigenschaften. Die eine, man sollte nicht schüchtern sein. Das ist ganz schlecht. Das ist schlecht in den Interviews, die man führt. Also man bekommt weniger Informationen, wenn man schüchtern ist, als wenn man weniger schüchtern ist. Es ist schlecht, weil man sich schlecht verkauft, wenn man schüchtern ist. Und man muss sich als Journalist ununterbrochen verkaufen. Und es ist schlecht, weil einem die Traute fehlt, vielleicht auch Themen, die so nicht unmittelbar auf der Hand liegen, anzubieten. Also man muss sich trauen. Das ist die allererste wichtige Voraussetzung. Die zweite ist, man muss neugierig sein. Man muss in jedem Thema ein Thema erkennen wollen. Man sollte nicht da sitzen und denken, ist das langweilig. Nein, ist es nicht. Jedes Thema hat einen interessanten Aspekt, ich muss ihn nur finden. Also man muss offen sein. Offen für Themen, offen für neue Fragen, die einem vielleicht vorher nicht eingefallen sind. Und was einen auch auszeichnen sollte, ist eine, ich nenne es mal eine Berufsethik. Also der Wille, ein Thema so umfassend wie möglich zu behandeln. Weil dann kann man ihm gerecht werden und dann lässt man sich nicht einspannen für Kampagnen, die man möglicherweise gar nicht bemerkt hat, als man das Thema angegangen ist. Also der Wille, ein Thema so umfassend wie möglich zu beenden. Okay, so umfassend wie möglich zu behandeln. Vielen Dank.